Ja, hallo, ich bin der Knubbel und habe heute mein Benefit-Spiel wieder zum dritten Malmahn-Stadt und möchte heute ganz herzlich begrüßen die MED-Äffchen. Mein Arbeitskollege, ein guter Freund von Nemol, Daniel ist auch dabei und freue ich mich riesig, sie hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank! Also ich grüße die MED-Äffchen hier beim Benefit-Spiel von Knubbel. Ich hoffe, es kommen noch mehr Bewohner und auch einen lieben Gruß an Daniel und viel Spaß! Wunderbar! Hallo MED-Äffchen, ich grüße euch alle und wir haben viel Spaß! Vielen Dank! Heute sind wir hier in Bonn und ich möchte die ganzen lieben die MED-Äffchen grüßen. Chat in der Stil von Main Street ist super bekannt, ich bin immer auf jeden Seite. Also, immer schön gucken und abig bleiben, alles Gute und wünschen euch am Henkel. Hallo, ich bin Daniel und ich grüße die MED-Äffchen auf Weißwell. Hallo, ihr kleinen süßen MED-Äffchen. Ich bin die Madeline und es regnet, das ist voll scheiße, aber ich habe trotzdem Spaß. So eine Husche, geht da weg. Hallo, ich bin Claudia und ich grüße ganz, ganz lieb die MED-Äffchen. Also, hi, ich bin der Andi, ich grüße die MED-Äffchen und ja, ich wünsche ihnen alles Glück der Welt für ihre Musik und alles Gute bei der Hände. Vergrüße die Jungs von MED-Äffchen, ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Hammer, Hammer, Spaß! Hallo MED-Äffchen, hallo MySpace, ich bin Benni von McQuadda und ihr habt nur die beste Musik auf den MED-Äffchen. Action, MED-Äffchen, ich grüße euch. Ist richtig geil, dass ihr hier bei unserem Benefits Fußballspiel seid und macht so weiter. Ihr seid echt coole Leute und ja, haut rein und rockt das Leben. Hier unten steht neben mir Daniel und der Gruppe MED-Äffchen und von mir aus schöne Grüße. Hallo, ich grüße MED-Äffchen. Hallo liebe Leute, ich grüße ganz herzlich die MED-Äffchen. Hallo MED-Äffchen, schade, dass du nicht starb bist, aber trotzdem schicke ich dir ganz schöne Küsschen hier aus Brotten. Jungs, schöne Grüße an MED-Äffchen, geile Raps, geile Seite, checkt es out, einfach nur Hammer, Alter. Ich grüße die MED-Äffchen bei MySpace. Riesen lange Hammer, Freunde. Hi, ich bin Annina und ich grüße die MED-Äffchen von MySpace. Ja, ich grüße die MED-Äffchen auf MySpace. Wir werden jetzt weiter Gas geben für euch und ich hoffe, dass der Daniel oder ich vielleicht ein Tor für euch machen werden. Wir sehen uns auf jeden Fall im Netz. Oder in der Bahn. Oder in der Bahn, bis dahin. Machst du. Ich grüße die MED-Äffchen bei MySpace. Also MED-Äffchen, ich bin Alessandro und ich grüße euch.